Was mich persönlich antreibt, ist zu wissen, dass Geld einen Wert hat und eine Wirkung erzielt. Und ich möchte gerne, dass wir das Thema Geld enttabuisieren und über Investieren und Finanzen sprechen und hier auch mehr Bewusstsein schaffen können. Mein Name ist Elisabeth Müller. Ich leite das Sozialunternehmen ESG Plus. ESG Plus ist spezialisiert auf nachhaltige Lösungen für den Finanzmarkt. Wir setzen uns ein für Transparenz und Nachhaltigkeit am Finanzmarkt. Und im Zuge unserer Arbeit haben wir festgestellt, dass viele nachhaltig investieren möchten in Österreich, aber nicht genau wissen, wie das funktioniert. Deswegen haben wir CleanVest entwickelt. Und CleanVest ist die erste Nachhaltigkeitsvergleichsplattform, die alle Anlageprodukte, also Fonds und ETFs, auf Nachhaltigkeit prüft und vergleichbar macht. CleanVest ist sehr leicht in der Anwendung. Ich gehe auf die Webseite und kann mit Hilfe einer Filter-Einstellung zehn Nachhaltigkeitskriterien auswählen. Die zehn Nachhaltigkeitskriterien sind im Bereich Klimaschutz, Umweltschutz, wie Kohle, Öl und Gas oder soziale Gerechtigkeit, wie Kinderarbeit oder Gleichstellung von Frauen. Die Kriterien haben wir gemeinsam mit NGOs entwickelt, um auch hier sicherzustellen, dass alles auch seine Richtigkeit hat und dass auch die Interessen von Privatpersonen gewahrt sind. Und das ist auch meine Vision dahinter, für mehr Transparenz, Nachhaltigkeit und Bewusstsein zu sorgen und auch hier zu ermöglichen, dass man mit seinem eigenen Geld auch etwas Gutes für die Umwelt und für die Gesellschaft tun kann. Denn Geld hat immer eine Wirkung. Und hier muss ich auch gar nicht auf irgendetwas verzichten. Also der Gedanke Nachhaltigkeit und Verzicht geht sich hier im Finanzmarkt überhaupt nicht aus. Also im Gegenteil, Nachhaltigkeit hat immer einen Profit. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Investieren sehr leicht funktioniert und auch sehr leicht und schnell funktionieren kann. Und deswegen auch mein Tipp, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und Vertrauen ist gut am Finanzmarkt, Kontrolle ist besser. Deswegen CleanVest verwenden, um wirklich zu verstehen, was in meinem Fonds drinnen steckt. Und ich bin ein 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 Fonds drinnen steckt. Untertitelung des ZDF, 2020